Hallo liebe Insider. Heute schauen wir uns zwei Grafikkarten an. Und zwar einmal die Asus Roguestrix RX 5700 OC Edition und die Roguestrix 5700 XT OC Edition. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja wir haben die Karten schon vor uns liegen. Also dementsprechend haben wir sie ausgepackt. Wir haben hier die 5700 XT und hier die 5700. Und das ist alles was in der Verpackung drin ist. Bei beiden Karten identisch. Und ja wir haben hier nur ein Handbuch und Klettverschlüsse. Wie man hier sehen kann. Und dann jeweils die Grafikkarten. Und mehr finden wir im Lieferumfang nicht. Daher würde ich sagen wir schauen uns direkt die Grafikkarten an. Und gucken mal ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Außer die unterschiedliche GPU. Beziehungsweise die Ausbaustufe der GPU. Ja wie ihr schon sehen könnt sind das beides wahre Monster. Und hier könnt ihr mal versuchen zu gucken okay welche ist welche Karte. Das sieht man jetzt so offensichtlich nicht. Bevor wir uns aber die Karten anschauen möchte ich mal ein paar Details nennen. Und zwar haben wir hier einmal die 5700. Die hat einen GPU Takt von 1750 MHz maximal im Gaming Mode. Eine normale 5700 hat 1725 also 25 MHz weniger. Das ist jetzt nicht so viel. Karte hat 2304 Shader. 36 Compute Units. Compute Units wem das jetzt nicht sagt das ist quasi die GPU Kerne. Wenn wir es jetzt mit einem Prozessor vergleichen würden. Der Speicher taktet hier mit 7000 MHz und ist mit 256 Bit angebunden. Und wir haben auf beiden Karten 8 GB Speicher. Und bei der 5700 XT haben wir einen GPU Takt von 2035 MHz im OC Mode. Den können wir hier wechseln. Und im Gaming Mode 2010 MHz. Bei der normalen 5700 XT von AMD. Also das Referenz Design hat 1905 MHz. Also über 100 MHz weniger. Die 5700 XT hat 2560 Shader und 40 Compute Units. Also viel mehr als die 5700er. Hat auch 7000 MHz Speichertakt und ist auch mit 256 Bit an den Grafikprozessor angebunden. Ja die TDP unterscheidet sich auch. Wir haben einmal 180 und 225 Watt. Zu den Anschlüssen kann ich auch schon mal etwas sagen. Wir haben hier einmal HDMI 2.0 B und 3 DisplayPort 1.4 B. HDCP 2.3 wird auch unterstützt von den Karten. Und wir können insgesamt 6 Displays anschließen. Das wird dann natürlich mit Adaptern gemacht. Und was die Ausmaße betrifft, da kann ich auch was zu sagen. Beide Karten sind 30,5 cm lang, 13 cm breit und 5,4 cm in der Dicke. Also das sind 2,7 Slots. Zumindest gibt es Asus so an. Aber im Prinzip benutzt ihr 3 Slots mit der Karte. Ja beide Karten haben OurSync, das heißt RGB Beleuchtung, die ihr auch steuern könnt mit der passenden Asus Software. Beide greifen auf das Axialtech Lüfter Design zurück. Das heißt die Lüfter haben eine kleinere Narbe. Dadurch auch längere Blätter. Wodurch ein erhöhter Luftdruck zustande kommt. Ja dann haben beide auch Asus Fan Connect. Das heißt ihr könnt hier zwei PWM Lüfter anschließen und diese direkt dann im Prinzip über die Grafikkarte steuern. Das hat den Vorteil wenn ihr die Lüfter entsprechender Grafikkarte regeln wollt, also die Gehäuselüfter. Das heißt die Grafikkarte verursacht gerade mehr Last und dann drehen auch die Gehäuselüfter entsprechend höher und nicht anhand der CPU Last. Ihr könnt ja auch irgendein Spiel spielen wo die CPU Last nicht hoch ist. Die CPU dementsprechend nicht warm wird und die Gehäuselüfter laufen langsam weiter obwohl es im Gehäuse ziemlich warm wird. Von daher macht das schon Sinn das zu benutzen. Daher sind auch die Kabelbinder dabei. Damit ihr die Kabel auch ordentlich verlegen könnt. Ja dann schauen wir uns mal direkt die Karten im Vergleich an. Von oben sehen wir natürlich dass hier kein Unterschied ist. Die Karten sehen genau identisch aus. Gut wenn wir jetzt hier gucken. Dann sehen wir hier schon einen kleinen Unterschied. Obwohl das hier nur an den verlegten Kabeln liegt. Und wenn wir uns mal das ganze von den Anschlüssen anschauen. Also die Asus Fan Connect Anschlüsse sind beide auch identisch. Da gibt es auch keinen Unterschied. Dann schauen wir mal auf der Rückseite. Ja hier sehen wir dass wir an beiden Karten die RGB Beleuchtung ausstellen können. Und bei beiden Karten haben wir auch ein Performance Mode. Das heißt wir legen den DIP Schalter nach da und ein Quiet Mode. Das werden wir auch testen wie sich da die Taktraten verhalten und die Lautstärke. Ja dann gucken wir uns mal die Stromanschlüsse an. Und da sehen wir dann auch schon welche von den beiden Karten die 5700 ist und die 5700 XT. Das ist die 5700 XT. Die hat zwei 8 Pin Anschlüsse. Und die 5700 hat ein 8 Pin und ein 6 Pin. Und ansonsten sind die Karten halt identisch. Das heißt auch der Kühler ist identisch. Und dementsprechend gut kühlen halt auch beide Karten. Wie ihr sehen könnt wir haben die Asus Rogue Strix RX 5700 XT Gaming OC Edition auseinander gebaut. Und werfen jetzt mal einen Blick auf die Komponenten. Wir haben hier ÖF Power Stages von Infineon. Und zwar sind das die TDA21462. Diese können 6 Ampere. Hier haben wir nochmal 3 davon. Ja dementsprechend haben wir hier auch Ölspulen, Ölkondensatoren. Und hier haben wir auch 3 Spulen und 4 Kondensatoren. Allerdings sind das hier Flachbandkondensatoren. Gesteuert wird das Ganze von einem Infineon IR35217. Und einem Infineon IR3567B. Zu dem Controller haben wir leider nichts gefunden. Beziehungsweise wir haben was gefunden. Aber keine genauen Aussagen. Wie viele Phasen der steuern kann. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er Ölphasen ansteuern kann. Aber bitte nagelt mich nicht drauf fest. Dementsprechend haben wir hier Ölphasen für die GPU. Und auf dieser Seite haben wir 2 plus 1 Phasen für die Arbeitsspeicher. Da der IR3567B 6 plus 2 Phasen steuern kann. Allerdings sind diese 2 Phasen nur direkt miteinander verbunden. Das heißt wir haben hier eine 2 plus 1 Phasenkonfiguration. Ja bei den Speicher handelt es sich um Mikrochips. Und hier haben wir natürlich den Navi-Chip. Wir können auch mal gerne auf die Rückseite gucken. Da haben wir aber nicht viel. Hier haben wir noch einen Kondensator. Hier auch. Und ja das war es eigentlich auch schon. Ja. Was ich auch noch erwähnen möchte ist. Wir haben hier eine Steckverbindung für die RGB-Beleuchtung. Von der Backplate. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Und die Lüfter waren hier verbunden. Beziehungsweise die RGB-Beleuchtung. Das Ganze ist doch sehr einfach zu demontieren. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist der Kühler. Da wir hier Clipse haben. Und das Ganze einfach rausziehen können. Also nicht wie bei anderen Karten. Wo man das Ganze sehr schnell beschädigen kann. Ja der Kühler hat insgesamt 6 Heatpipes. Wir sehen auch dass die Spannungsversorgung hier direkt mitgekühlt wird. Und direkt am Kühler aufliegt. Die Wärmeleitpaste wird hier natürlich maschinell aufgetragen. So viel sollte klar sein. Dann werfen wir noch mal einen Blick auf die Bodenplatte. Ja mit der Bodenplatte wird die Spannungsversorgung. Und beziehungsweise die Power Stages. Der Grafikkartenspeicher gekühlt. Und dann haben wir noch den Grafikkartenspeicher selbst. Da gekühlt wird. Und das war es auch. Was die Grundplatte hauptsächlich kühlt. Hier auf der Rückseite sehen wir noch mal dass wir hier eine Struktur haben. Also der Luftzug kann das Ganze hier dementsprechend auch kühlen. Dann schauen wir uns noch mal die Backplate an. Wie eben erwähnt haben wir hier die Steckverbindung für die RGB Beleuchtung. Die sitzt hier. Und dann werden noch von der Rückseite der GPU und der Grafikkartenspeicher gekühlt. Ja bei der RX 5700 Non XT wird das Ganze auch so sein die wir hier haben. Allerdings ist mir da was aufgefallen. Und zwar wenn wir genau hingucken. Haben wir hier andere Wärmeleitpads. Also bei der XT sind die gelb und hier sind sie schwarz. Es sieht auch für mich so aus als ob die hier ein bisschen dünner sind. Aber aus zeitlichen Gründen werden wir jetzt die Karte nicht demontieren. Da die Karten Stand heute am 16.11.2019 morgen zurück müssen. Beziehungsweise wir die Karten nur bis morgen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Ganze wird dann am Montag zurückgeschickt. Kommen wir zu den Benchmarkergebnissen. Eins vorweg. Wir haben natürlich auch übertaktet und bei der 5700 XT haben wir hier maximal 2125 MHz bei der GPU einstellen können. Und 925 MHz bei dem Grafikkartenspeicher. Allerdings sieht der Takt der dann im Spiel oder in dem Benchmark anliegt ganz anders aus. Wir haben hier zwar 2125 MHz eingestellt. Es kommen allerdings maximal nur 2054 MHz an. Das schon mal vorweg. Bei der RX 5700 können wir maximal 1850 MHz bei der GPU einstellen. Das liegt an der Begrenzung vom Treiber. Das Ganze kann man auch mit dem More Power Tool umgehen. Dazu könnt ihr einmal bei Igor Slap vorbeischauen. Er hat da eine nette Anleitung zu, falls ihr da nähere Infos zu haben möchtet. Beim Grafikkartenspeicher konnten wir hier bei der 5700 900 MHz einstellen. Und somit war der Speicher bei beiden Grafikkarten nicht so OC-freundlich. Allerdings muss man dazu sagen, dass je nach Karte das Ganze mal individuell ist. Wir können bei der einen Karte 950 MHz Speichertakt erreichen. Dafür geht die GPU zum Beispiel nicht so gut. Und natürlich auch umgekehrt. Also von daher kann man das hier eigentlich vernachlässigen, weil es je nach Karte unterschiedlich ist. Dann noch was weiteres vorweg zum Q-Mode und P-Mode. Das ist der Performance-Mode und der Quiet-Mode. Die unterscheiden sich nicht so großartig unserer Erfahrung nach. Dazu aber später dann mehr bei der Lautstärke und bei den Temperaturen. In Battlefield 5 haben wir das Ganze mal gemessen in einem Szenario, was der maximale Takt ist. Und hier war der maximale Takt bei der 5700 MHz im Quiet-Mode bei 1691 MHz und im Performance-Mode bei 1693 MHz. Ein maximaler Takt von 151 MHz erreicht im Quiet-Mode und im Performance-Mode bei 1693 MHz. Sogar weniger als im Quiet-Mode. Und daher würden wir hier vorschlagen, immer den P-Mode zu nehmen. Wie gesagt, das schauen wir uns gleich nochmal dann bei den Temperaturen und bei der Lautstärke an. Ja, beim Performance-Unterschied sieht man auch, der Quiet-Mode und P-Mode unterscheiden sich kaum. Also das ist hier bei der 5700 ein Punkt. Ist ganz klar zu vernachlässigen. Mit OC erreichen wir hier gute 200 Punkte mehr. Bei der 5700 XT im Q-Mode erreichen wir 4021 Punkte. Und trotz geringeren Taktes im Performance-Mode bei der 5700 XT erreichen wir hier 4036 Punkte, was ein bisschen mehr ist. Allerdings müssen wir dazu sagen, die angegebenen maximalen Megazahlen waren nur auf Battlefield 5 bezogen. Und da der Takt bei beiden Karten sehr schwankend ist, kann es hier zu Unterschieden kommen. Das heißt, in einer Anwendung oder in einem Spiel kann der Takt ein bisschen höher sein, wie im anderen Spiel. Ja, die ASUS Dual RTX 2080 OC-Dischen liegt natürlich ganz oben, ist aber auch ein ganz anderer Preisbereich. Von daher kann man das hier vernachlässigen. Dient hier halt nur zum Vergleich. Ja, in Battlefield 5 haben wir das Ganze getestet in WQHD, also 2560 x 1440. Die Grafikqualität auf Ultra. Das Ganze natürlich ohne Raytracing, da die AMD GPUs das Ganze natürlich nicht bieten. Ja, wie auch bei dem vorherigen Test der RX 5700er Karten, schneidet die Navi-Architektur im Battlefield 5 sehr gut ab. Und wir liegen sogar teilweise über der RTX 2080 mit der 5700 XT. Wenn wir uns dann den Performance- und Ride-Mode anschauen, so sehen wir hier auch kaum Unterschiede bei den jeweiligen Karten, also bei der RX 5700 und bei der RX 5700 XT. Und mit OC steigt das Ganze natürlich nochmal an. Ja, ein Vorzeigespiel für Raytracing ist auch das Spiel Control. Dennoch haben wir hier auch Raytracing wieder deaktiviert. Die Grafikeinstellung war auch wieder auf WQHD. Die Grafiksetting ist auch sehr hoch. Und auch hier sehen wir wieder kaum Unterschiede zwischen den Performance- und Quiet-Mode bei beiden Karten. Mit OC steigt natürlich die Leistung wieder an. Und die RTX 2080 liegt hier ganz vorne. Auch wenn der Unterschied nur sehr gering ist. Dass man für Raytracing nicht unbedingt eine RTX-Karte braucht, dürfte seit dem Benchmark Neon Noir bekannt sein. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, der beruht auf der Cry-Engine. Und ja, wie gesagt, bietet Raytracing. Ohne dass wir Raytracing-Einheiten auf der Grafikkarte haben. Und daher haben wir das Ganze natürlich auch mal herangenommen zum Test. Allerdings haben wir hier nur immer den P-Mode getestet. Da das hier ein Sondertest ist und wir nicht mehr so viel Zeit hatten, um die Karten zu testen. Und wir auch dann im Nachhinein natürlich gemerkt haben, dass die Unterschiede nicht so groß sind. Ja, in Full-HD erreichen wir mit der 5700 6254 Punkte. Und in WQHD 3835. Bei der 5700 XT sind es 7621 Punkte in Full-HD. und 4602 Punkte im WQHD. Also hier sieht man auf jeden Fall zwischen den beiden Karten einen Unterschied, den wir allerdings dann wieder mit OC reinholen könnten. Vor allem, wenn wir das mal auf Power-Tool nehmen, weil die 5700er Non-XT hier das meiste Potenzial hat. Und die RTX 2080, die liegt selbst im WQHD sehr nah an der 5700 XT in Full-HD. Also wir sehen, dass die RTX 2080 hier deutlich vom Feld weg ist. Allerdings, wie zuvor schon erwähnt, ist die RTX 2080 auch deutlich teurer. Ja, wieder ein Vorzeigespiel für Raytracing, Shadow of the Tomb Raider. Das haben wir getestet im WQHD. Voreinstellungen sind ultra hoch ohne Raytracing. Und wir messen hier die durchschnittlichen FPS. Das ganze Test hier mit dem integrierten Benchmark. Den könnt ihr euch gerne mal anschauen im Spiel und dann könnt ihr auch vergleichen. Allerdings solltet ihr auch beachten, dass der Rest vom System gleich ist. Hier in dem System ist ein AMD Ryzen 7 3800X verbaut. Und von daher sollte das schon ziemlich ähnlich sein. Ansonsten macht das wenig Sinn. Ja, bei der 5700er, da haben wir auch wieder keinen Unterschied zwischen dem Performance und Quiet Mode. Mit OC können wir 3 FPS mehr rausholen. Auch bei der 5700 XT sehen wir keine Unterschiede zwischen dem Performance und Quiet Mode. Und hier erreichen wir kurioserweise auch mit OC nicht mehr Punkte. Das ganze haben wir ja mehrmals getestet. Die GPU-Auslastung ist noch ein bisschen gesund. Ja, und die RTX 2080 OC Edition liegt mit 89 FPS deutlich vorne. Aber wir müssen natürlich auch bedenken, dass das ein Nvidia-Vorzeigespiel ist bzw. Raytracing. Und das ganze dann auch entsprechend an die Karten optimiert wird. Dann haben wir noch den AniGiant Superposition Benchmark. Hier sind die Angaben in Punkten. Also es sind keine Frames per Second. Hier sehen wir auch kaum Unterschiede zwischen Performance und Quiet Mode bei beiden Grafikkarten. Obwohl wir bei der 5700 XT schon einen größeren Abstand haben, als das bei der 5700er der Fall ist. Ja, mit OC steigt natürlich die Leistung auch wieder hier an. Obwohl der Unterschied nicht so groß ist. Ja, und die RTX 2080 liegt wieder ganz klar vorne. Ja, ihr kennt es ja, mein Vorzeigespiel War Thunder. Hier haben wir die Grafik auf VQHD gestellt. Die Grafik auf sehr hoch. Das Gras war komplett runtergestellt. Das hat ein paar spieltechnische Vorteile, wenn man das Spiel spielt. Und SSAA haben wir auf Vierfach gestellt. Also das heißt, dass die Auflösung quasi vervierfacht wurde. Ja, auch hier haben wir kaum Unterschiede zwischen Performance und Quiet Mode. Obwohl wir dazu sagen müssen, dass wir bei der 5700 XT hier schon einen Vorteil haben. Also 2 FPS ist schon ein messbarer Wert. Und mit OC steigt das Ganze dann nochmal an. Und die RTX 2080 kann natürlich hier wieder Boden gut machen. Ja, schauen wir uns die Temperaturen an. Hier wird bei der RX 5700 der größte Unterschied zwischen Performance und Quiet Mode deutlich. Hier messen wir im Quiet Mode maximal 76 Grad Celsius auf der GPU. Der Hotspot liegt bei 79 Grad. Der Grafikkartenspeicher bei 84 Grad. Die Spannungswandler von der GPU bei 70 und der Arbeitsspeicher bei 58. Ja, somit die wärmste Temperatur erreichen wir hier beim Speicher. 84 Grad ist schon wirklich warm. Das Ganze sinkt dann allerdings mit dem Performance Mode. Da der Lüfter hier höher dreht, erreichen wir nur 73 Grad Celsius auf der GPU. 78 Grad Hotspot. 82 Grad auf dem Grafikkartenspeicher. Somit 2 Grad kühler als im Quiet Mode. Und auch die Spannungsversorgung wird mit 3 Grad etwas kühler. Also sinkt auf 67 Grad. Und die Spannungsversorgung für den Grafikkartenspeicher bleibt gleich auf. Ja, kurioserweise bei der RX 5700 XT können wir keine Unterschiede zwischen dem P-Mode und Q-Mode feststellen. Das heißt, wir erreichen hier bei beiden 73 Grad Celsius maximal auf der GPU. 97 Grad maximal beim Hotspot. Der Grafikkartenspeicher wird maximal 90 Grad warm. Die Spannungsversorgung 71 Grad und die Spannungsversorgung vom Grafikkartenspeicher 62 Grad. Das Ganze können wir natürlich reduzieren. Wir haben hier bei den Angaben in übertaktivem Zustand die Lüft auf die maximale Umdrehung gestellt. Das heißt 100 Prozent. Hier wird die 5768 Grad warm und die 5770 XT 66 Grad. Und das kurioserweise, obwohl beide Grafikkarten auf den gleichen Kühler zurückgreifen. Aber wie gesagt, jede GPU ist unterschiedlich. Das heißt die Güte, vielleicht wird die RX 5700 XT besser selektiert, hat niedrigere Spannung und erreicht daher auch niedrige Temperaturen. Ja, bevor wir uns die Lautstärke anschauen, werfen wir einen Blick auf den Stromverbrauch. Die Angaben sind natürlich hier in Watt. Hier liegen alle RX 5700 XT im Idle im gleichen Bereich, also bei 97 Watt, auch mit OC, weil die Karte natürlich im Idle ist. Auch hier sehen wir keinen Unterschied zwischen dem Performance und dem Quiet Mode bei beiden Karten. Das heißt bei der RX 5700 haben wir auch hier im Battlefield 5 305 Watt maximal gemessen. Mit OC steigt das Stromverbrauch an. Das kommt aber auch daher, da wir hier das Power Target um 20% anheben können und dementsprechend erreichen wir hier 318 Watt. Bei der 5700 XT liegt der Stromverbrauch bei 390 Watt und mit OC steigt dieser auf 398 Watt an. Hier können wir das Power Target um 50% erhöhen. Ja, die RTX 2080 verbraucht im Idle etwas weniger, also sogar deutlich weniger, 9 Watt. Und in Battlefield 5 liegt der Stromverbrauch bei 381 Watt, ist somit sogar etwas niedriger. Ja, schauen wir uns die Lautstärke an. Hier ist die RX 5700 im Quiet Mode am leisesten mit 24 Dezibel. Im P-Mode steigt die Lautstärke der RX 5700 auf 25 Dezibel an. Mit maximaler Drehzahl liegen wir bei 33 Dezibel. Das trifft auch auf die RX 5700 XT zu. Da hier auch der gleiche Kühler verbaut ist, ist das natürlich logisch. Bei der RX 5700 XT im Quiet Mode haben wir 27 Dezibel und im P-Mode das gleiche. Ja, das kommt natürlich nicht von ungefähr, da die Temperaturen auch gleich waren und wir keine Unterschiede feststellen konnten, ist das natürlich mehr als logisch. Die ASUS Dual RTX 2080 OC Edition liegt bei 26 Dezibel. Ja, ich hoffe der Test hat euch gefallen, war ausschlussreich. Das Fazit findet ihr dann im Testbericht, den werden wir unten verlinken, der folgt aber ein bisschen später. Ja, abonniert auch gerne unseren Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, lasst auch gerne Kritik da, was wir noch verbessern könnten und abonniert unsere sozialen Kanäle. Aktuell haben wir auch einige Gewinnspiele, das Weihnachtsgewinnspiel folgt demnächst. Dann gibt es noch aktuell eine GTX 1050 zu gewinnen. Je nachdem kann es sein, dass es das bei Release dieses Videos nicht mehr gibt. Und dann gibt es noch das Mainboard-Gewinnspiel. Das Gewinnspiel der Mainboards werde ich am Ende dieses Videos verlinken. Dabei handelt es sich um ASUS X299 Mainboards, die hier auch gerade frisch erst aktuell auf dem Markt sind. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.